so weiter geht's bei garrysmod in der letzten folge haben wir angefangen auf online server zu lenken gut dafür wird jetzt die und jetzt wollen wir uns auch so eine fontaine bauen nur mit einem kleineren teil so du bist weg okay ja das sieht gut aus du nimmst das ding ja findet man bei transportation so dieses teil ja so okay jetzt bauen wir das mal nach diese fontaine die so mega cool aussah so okay dann zeig mal wie geht es weiter du willst zwei stangen dynamit rein gut dann wollen wir das mal suchen dynamit so zwei stangen so zack und zack feste ich sie mit sich selbst und mit dem objekt was denkst ok und mit dem mit den los mit dem objekt okay so so ok dann zeig mal her ich mache jetzt mal nur blau sagte mal schauen so das teil spieler cola koala koala bär ok wir haben jetzt übrigens noch random spieler dabei ein random spieler natürlich nicht es sei denn er macht misst dann dann ist es doch hallo hallo ach mensch hallo doch na wo nicht ach mensch willkommen auf youtube hallo 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 das ist cool ähm ja tut mir leid ich dachte erst du wärst kein abonnent aber ich hab mich geirrt ähm 3 43 44 44 so was yeah cool ach mensch ey da ist das natürlich auch cool gut dann bauen wir das jetzt mal nach also wir brauchen eine dose hier so nehmen wir mal zwei dosen ich glaube ich kann noch mehrere dosen machen äh die dosen auch anwerben mit dem trails tool also ähm ähm gut trails haben wir gesagt so dann machen wir mal trails es wird auch dann machen wir mal smoke on the water da 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 tvp ist an ja das mal also auf jeden fall ähm ähm jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ja auf jeden fall ähm jetzt musst du mir deine ganzen dose nehmen ha ha oh oh o��쏘 Was ist das denn? Mein Dynamit, mein Dynamit, mein Dynamit ist... Mein Dynamit, mein Dynamit ist... Ja Leute ich bin grad ein bisschen hier so... I believe I can fly wie gesagt zehnmal platz server wenn die mitzocken wollte und so so dann machen wir mal hier die dose rein und drücken die 1 kein problem ich finde es cool also ja wie gesagt wenn wir zocken wollte ip habe ich glaube ich am anfang zeigt ich zeige es jetzt noch mal ip ist hier blablabla 85 blablubs hier ist auch noch in den ein info wieder weiter jetzt geht es aber die fontaine ist echt hammergeil muss ich auch sagen egal was doch kein abonnenten naja vielleicht ja gleich ja ja sehr schön was wollen wir jetzt ok anscheinend ein bisschen planlos hier gerade alles nur das wird nicht gut enden habe ich das gefühl wie cool sieht das denn aus bitte fängt schon voll an zu lang natürlich wird das auch so sein dass ich hier immer im server wieder reinschauen werde ich bin gerade vorwiegend am kommentieren das gefühl das geht aber gar nicht klar wo also das ist wirklich genial und außerdem wird server steckt noch einiges weg das könnt ihr glauben ich sehe gerade ich sehe gerade noch mal was ausrücken was haben wir denn hier propeller engine sehr schön die machen wir dann mal trades rauf ganz unauffällig kleid so so content streifen halt da kann man sich so das sieht einfach ist einfach cool und so online zu zocken games mod ich bin die ganze zeit schon ablos zeigt mal her was sieht sich jetzt aus leicht die was rakete ich baue jetzt einfach mal hier so liebes rein also dynamit netflix noch mal dynamit rein ich zeig den nuns jetzt mal hier wird bekannte hatte so machen müssen mehr dynamit rein kann dann nicht schaden ein bisschen mehr dosen auch so dann machen wir mal das große finale alles miteinander wählen und so langweilig egal klappt schon machen wir ganz schnell ganz zügig auch was ist das denn ok ich dachte du für die donna machen noch mal gibt es gleich copyright verletzung da ganz viel bezahlen oder kennst du auch nur gleich dynamite mal nicht dynamit wo ist man die in einheit da war man die in einheit so da dein dynamod was 24678 creator ja fast 3.750 von 5000 cool das klingt schon krass schießt x hat macht doch nicht die ganze zeit den tod die spinnen da hinten ein bisschen rum was sagt denn was ist das ok also bestimmt team fortress mein so da machen wir einmal wieder hier mit den trades tool dann machen wir hier einmal drauf so der kommt schon rot sagt der kommt schön gelb ja ich weiß meine kommentation ist heute echt klar grün so der blauer der wird ein bisschen blauer der bisschen dunkler und der wird schon pink so wie viel time 30 minuten so ich will noch das teilzünden mit euch zusammen und dann haben wir fertig für mit diesem gerät so 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 jetzt kommt das große spektakel finale ist der nächste fall von games und bis dahin macht's gut und tschau server ip ist hier gute nacht